So, moin Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute spielen wir mal eine kleine Runde Sky, nicht Better, Sky, Fuck Art, äh, Bad Wars. Und zwar, äh, machen wir heute eine Runde Bad Wars. Irgendwie nicht gut. Mir macht Ralf schon länger Angst. Physik ist gut. Physik, Mathe, Bio, Chemie, alles gut. Ich finde das Problem beim, 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 das Problem beim Mathe ist, ähm, es geht nicht um Logik, sondern mehr um auswendig lernen. Und das ist das, was mich nervt, weil für mich ist Mathe... Warum? Bei uns nicht, überhaupt nicht. Ja, wir haben aber auch, äh, das sage ich jetzt mal nicht, weil es irgendein Lehrer irgendwie zuschaut oder so. Ja, der, der guckt Ralf seine Videos. Ja, das glaube ich auch. Der guckt Ralf seine Videos. Also ich weiß nicht, wie es hat er meine Videos. Was hat denn mein Tutorial-Video? Oh Gott, die 150 Aufrufe, Junge. Oh, das ist so schlimm. Dieses Amos-Dem-Video. Ja, ich weiß. Wieso lädst du es dann hoch? Weil es da sein muss. Warum hat eigentlich Tino nicht dieses Video, ähm, warum hat, warum hast du dieses Video nicht eingesprochen? Hä? Weil ich keine Lust hatte. Und weil er noch gleich da Englisch kommt. Das kann ich nicht aussprechen, wir sprechen es alle falsch aus. Kreuzworträtsel. 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 Bist du blöd, Paul? Das kannst du nicht schnell aussprechen. Kreuzworträtsel. 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 Oh, nee. Das ist viel zu viel S. Wer ist Laura? Ist die schön? Wer ist Laura? Schwester von Felix. Achso, die? Nee, die weiß ich auch nicht. Ist die schön? Äh, für dich nicht, nee. Die ist zwölf oder sowas. Oh, das ist was für Paul. Ja. Paul, ich geb dir auch nur Nummern. Wie heißt sie? Laura. Ich weiß nicht mal mehr Namen, aber ne Nummer. Laura, wenn du dieses Video sehen solltest, Paul will die Nummer. Ja, ich empfehle den Maul in das Video. Es solche Momente, in denen ich mir auch noch was zum Fick, Alter. Leute, schreibt mal gerne in den Chat, wo ihr gerne hingeht. Burger King oder McDonalds? Ich geh in keines vorbei, ich bin Veganer McDonalds Es gibt auch vegane Burger Ja, die schmecken aber furchtbar Okay, na, ich bin eigentlich selten bei irgendeinem von den beiden Oh, oh Ich bin ein anderer Mensch, ich bin Veganer Das ist eine große Angriffsfläche für solche Männerbemittelten Vollidioten Alles, was anders ist, ist schlecht Als ob ich Platz 4 bin Ich spiel grad richtig schlecht und bin trotzdem Platz 4 Ich muss mir vorstellen, ich komm jeden Tag zu dir Stell dir vor, ich bin ein Lehrer So Und ich geh jeden Tag zu dir und klingel an deiner Tür Und sag, äh, kannst du dir mal bitte rausklappen, äh, äh So, das ist näher Der hat eine Familie Machst du das so? Nein Ja, ich mach das so, natürlich Du gehst gefühlt jeden Tag zu dir und klingel ist bei dir an deiner Haustür Nein, du mich echt nicht Nicht mehr Haha, okay Okay, früher war das einmal pro Woche, dann zwei, dreimal So würde ich auch definieren Eins, zwei, drei, zehnmal Und dann frag ich mich, Alter Junge, wenn, also schau mal, ich bin ja da nicht mehr im Dienst, ne? Im Dienst, ah, ja, okay Ich bin ja da nicht bei meiner Arbeit Arbeit auch so, ah Wenn dann mein Lehrer zu mir kommt, äh, meine Schüler von mir Da würde ich sagen, Alter, halt die Freilung gerade auf So, äh, keine Ahnung, ich würde die auf das Ärgste beleidigen, weil Wenn ich nicht im Dienst bin, der habe ich das ja Im Dienst Im Dienst? Im Dienst? Wett Grundschullehrer? Also dafür, was du machst, ist er nicht gut bezahlt, warte Na ja Weiß nicht Wett Grundschullehrer? Ne, Grundschullehrer ist kacke Mit den kleinen Idioten, die sich, äh, zusammen So weit ist mir zu dumm Warte, 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 warte Was hast du gerade gesagt? Wett Grundschullehrer? Ja, Grundschullehrer ist das letzte, was du werden willst Was wahrscheinlich diese nicht geschafft hätte Als ob der Reiter auch nicht auf dem Einzeldurchschnitt ist ein extrem schwer zu kriegen, glaube ich Weil du einfach immer einser schreiben musst Also auf jeden Fall immer gute, sehr, sehr gute Noten Das hat auch was mit Lernen zu tun Und mit Das macht ihr Luke nicht, er lernt ja nie Ja, ist ja das Problem Ja, dann hat er auch Eines, was ich im momentan Schuljahr, ähm, geleistet habe Ist eigentlich von meiner Allgemeinbildung Beziehungsweise dadurch gekommen, was ich in unserer Richtung aufgeschnappt habe Und das war nicht viel Jetzt weißt du, was ich gemacht habe Na klar Ich hab das ganze Schuljahr lang gechillt Ich hab nichts gemacht Ja, ich muss aber, wie gesagt, ich muss dieses Schuljahr Gas geben Denkst du dich nicht? Ich hab ein Deal Ich hab ein Deal Was ist ein Deal? Oh, oh shit, Drogen Ja, jetzt wissen wir's Nee, ich hab mit jemanden, so zu sagen Oh, shit Oh, sind sie ganz harten Drogen, Alter Ich hab halt jemanden gesagt, die hat mir den Gestalterin, was beim Kühlspiel ist Ja gut, ich werde dieses Jahr den 3,0 Durchschnitt machen Mindestens Eierdurchschnitt willst du machen Eierdurchschnitt Mindestens, ja Ist doch voll leicht Wir sind ja nicht hier gerade im Tino-Channel Äh, weiß nicht, ist doch egal Naja Alle Leute, der hat ein Au-Oh-Oh-Scheiße Ja, war so Ach, keine Ahnung Schule ist sowieso Einerseits könnte man Eigentlich bin ich der Meinung, Schule ist ziemlich unnütze Klar, man sollte lernen Aber das Schulsystem, sagen wir es mal so Ja Wenn ich mein Bett Gehe ich halt ins Bett dann Und schaue mir noch wahrscheinlich, was im Bett dann Ja, ne Das dauert dann wahrscheinlich auch noch eine Stunde Vielleicht seid ihr noch ungefähr da Ach Mann Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht Solange wie ich halt nicht so müde bin So was Ich weiß, ich hab mal Red Bull getrunken Warte, ich nehm noch eine Drogentablette So Leute, das war War eine echt spannende Runde Ich muss echt sagen Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der alleine das noch reißt Das hat euch gefallen Lasst ein Like da Und bis zum nächsten Mal Ciao Do 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 Bis zum nächsten Mal.